Der Spider-Man ist eine Variante von dem Pfannkuchen. Ich lege mich auf den Pfannkuchen und damit ich den Pfannkuchen stabiler halten kann, greife ich mit der einen Hand unter den Kopf und greife in die Jacke hinein. Nun mache ich mich schwer und lege mich auf Doni drauf und strecke meine Beine nach hinten aus und bin auf den Fußzehen. Dadurch kann ich mich richtig schwer machen und ihn gut festhalten. Andere, andersrum. Ein Pfannkuchen drauf, eine Hand unter den Kopf in die Jacke reingreifen und beide Küche ausschrecken und richtig schwer machen. Nun kann er versuchen rauszukommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017